Heute früh ist in Graz eine kleine, feine Ausstellung eröffnet worden. 20 Künstlerinnen und Künstler haben Exponate zum Thema Kreuz beigesteuert. Und eröffnet wurde die Schau zu einer so ungewöhnlich frühen Uhrzeit, weil sie nur online abrufbar ist, berichtet Brigitte Krautgartner. Gerald Brettschuh, Hermann Nietzsch oder Matta Wagnest. Es sind klingende Namen, die die Hofgalerie des Steiermarkhofs mit Sitz in Graz zu einer Ausstellung versammelt hat. Unter dem Titel Weg, Kreuz, wird einem weit über die Kirchenräume hinaus relevanten bildnerischen Themen nachgegangen und nachgespürt. Kurator Johann Baumgartner. Wir möchten mit dieser Ausstellung vermitteln die Tiefe sowie die Klarheit des Kreuzes. Es soll diese schmerzhaften Darstellungen eine gewisse Leichtigkeit geben, um selbst besser durchs Leben zu kommen. Die Ausstellung soll uns möglicherweise auch an unseren eigenen Lebensweg erinnern. Sind doch Kreuzungen auch Situationen der Entscheidung für eine bestimmte Richtung und somit nicht selten Situationen der Krise. Wir möchten mit dieser Ausstellung alle Menschen in Österreich ansprechen, die jetzt zu Hause in ihren Wohnzimmern sitzen und großen Hunger auf Kunst und Kultur haben, auf das andere tägliche Brot zum Leben. Die virtuelle Schau Weg, Kreuz ist unter www.steiermarkhof.at zu sehen. Das war Religion Aktuell, Redaktion Martin Groß.